Okay, gut. Es geht um Plots mit einem Spawner. Mit einem Spawner. Ist es nur Geld im Spiel oder auch Items? Items und du kriegst, also die Items haben einen Wert und das Geld von einem Wert von 9k, deswegen kriegst du 9000 Euro. Also im Wert von 90k. Ne, nicht 90k, 9k. Also krieg ich 900. Genau, hab ich ja gesagt. Ne, du hast gesagt, ich krieg 9k. Okay, das Blot hat einen Wert von 9k, du kriegst dann 9k. Oh cool, warte. 100% Provision. Ja, wie gesagt, ich wollte einen anderen Service. Okay, wo muss ich hin? City Build 1. City Build 1, ja, und dann zu? Ja, H2 Combo. Drittes. Drittes Blot. Schreib mal kurz was in Game rein. Warte, ich hab ein H reingeschrieben. Du musst H, also... Du hast ein H reingeschrieben? Wild? Ja. Du kannst einfach... Achso, H2 da. Du kannst einfach H und dann Tap machen, weißt du? Na, nur H ist ein bisschen wenig. H, O, W. Ups. Ja gut, du kannst ja meinen Namen lesen. P, H, so. Hau du. So. Ich komm gerade mit meinen Items. Das Erste, ja? Ne, das Dritte. Das Dritte? Warte. So. Warte, ich hab deine Items. Zurück. So. Okay. Dann kommt mal auf mein viertes Plot. Äh, so. Äh, so. Letzt... Ich hab heute allein zu 200 bei Waldrude Service genommen. Das dann auch einmal. Krass. So, ähm, Lunchbox, du hast die Items und willst es jetzt kaufen, oder wie? Hab wieder im Kopf. Nice. Gut, dann hätte ich mal Lunchbox. Lunchbox, du? So. Oh, jetzt hab ich das Quarz gesetzt. Warte, hier eine Blicke. Kannst du es abholen? Gexeln sofort zurück, sorry. Dankeschön. Wie gesagt, sind leider nur 60 Quarzblöcke nicht. 64. Ja, passt schon, passt schon. So, und dann noch das hier und dann noch 3k waren es, oder? Ja, ja. Ich geb die gleich 3.100. Jo, oder so. So. Slash Pay Remove. Lunchbox, du. Ja, bravend. Mach dir noch schnell Redzone ein. So, dann... Ups, ich hab... So. Kann immer noch deine Kiste zugreifen. Ich will die grad vollen. Ne, weil du ja, weil du darauf zugegriffen hast. Du bist aber jetzt removed. Aber jetzt kannst du noch während die Kiste offen ist. Okay. Ich war's mit dem Zeug. Dann How to Combo. Tab. Soll ich dir das probieren, oder? Äh, ihm. Kannst gleich ihm gehen. Okay, pass. Warte mal, hab ich überhaupt... Also warte, warte. Ähm, ich... Ich... Ich lese nochmal... Ähm, vor. Also es sind... Moment, wie viele Stacks sind das? Wie? Hier sind sechs, sieben... Ja. Es sind sieben Stacks und sechzig. Quarz. Ja. Dann ein Grundgestein. Und ein Neterstern. Warte ein bisschen nochmal ganz kurz. Ja. Und... Geldmäßig dreitausend. Genau, ja. Sowas auch. Okay, genau. Warte, und... Komm, warte, ich muss erst noch... Jetzt. Kann ich? Hm. Äh... Slash... B... Warte, komm mal vor mich. Mein Name. Lansch... 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 Ja. Perfekt. Ähm... Scream... Wasfarm, oder? Warte, was ist das? Slash... Beconfirm, oder? Ist er sicher, dass du diesen Befehl ausführen willst? Ja, Slash... Ja, Slash... Beconfirm. So. Ja. So. Hast du? Ja, hab ich. So, Lunchbox. Genau, und aber... Jo. Dann, äh... Komm mal wieder zu meinem vierten. Ja. Autocombo. Und Waldröder hatte ich jetzt auch sehr gescampt. Slash... P... Genau. So. Was war so ein Mistake drin? Das war ich. Das war ja. Ja. So. Was ist denn dabei denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tada! Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Dann remove ich dich wieder. Ja. Remove. Wie viel kostet ein Witter? Ein Stellar Spawned? Ein Stellar Spawned? Hier. Autocombo. 3 Pausen. Ich bin dann mal weg, Jungs. Perfekt. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Ähm... Sprint so. Mal weg. Ja.